So, unsere Hobbit-Höhle essen. Das bleibt jetzt einfach mal im Inventar. Oder auch nicht. So, der scheiß kann raus, der bleibt hier. Hm, Kohle kann raus, Holz kann raus, na gut. Oh, da wo das Wasser nicht so tief ist, mache ich schon mal ganz. Also voll, meinst du? Ja klar, kannst du machen. Sehr schön, jetzt kannst du dich hier schon runterbuddeln. Aber hier hast du was vergessen, hier fehlt eins. Warte, ich muss mal Sand wieder reinnehmen. Wo meinst du? Ne, ist ja gut, ich habe schon gebaut. So, dann haben wir hier ja schon, ach so. Hm? Ist hier unter uns nicht sowieso auch Erde? Ich glaube schon, ja. Aber wir wollten ja sowieso einen Keller hier drunter bauen, beziehungsweise noch mehrere Etagen nach unten. Dann können wir von hier aus unten so eine riesen fette Höhle bauen, so eine Mine. Wir brauchen halt eine Mine, wir müssen auch überlegen, ne? Wir brauchen genug Platz, damit wir Pflanzen anbauen können und noch, das würde ich alles unterirdisch machen. Weißt du? Im Haus. Können wir gucken, ne? Oh, die Farm und so, das kann man ja alles unterirdisch machen. Da wir ja hier nur diesen begrenzten Platz haben, müssen wir ja dann nach unten gehen. Obwohl, was heißt begrenzt, das hat hier auch wieder relativ, ne? Ja. Darf jeder sich gleich sein eigenes Zimmer einrichten. Oh, wie schön. So, mein Sand ist Jock. Immer wieder tauchen hier. Ich habe alle schon aufgesammelt. Eeeh, 64 habe ich für dich, ich muss hier hinten noch abbauen. Krass, nur wie schnell das geht. Wir haben jetzt schon relativ viel ausgerufen. Es ist schon wieder dunkel. Ja. Es geht halt mega schnell hier auf dem Server. Ja. Das geht so in die Arme. Das ist so eine anstrengende Arbeit, jeden Block einzeln wegzunehmen. Puh. Ich bin schon völlig kaputt. Unzumutbar. So, Sand ist alle. Ich gehe, wir gehen jetzt ins Bett. Und dann gehe ich mal wieder Sand farmen. Ja. Oh, hier ist so ein Zombie, der neben mir schwimmt. Ist ein bisschen uncool. Der ist ja schon am rumgrunzen. Aber zum Glück. Oh, er taucht doch. Scheiße. Ja, wir sind ja eben auch getaucht. Ich dachte, Zombies können nicht tauchen. Ich habe einen eben sogar im Wasser gekillt. Aber? Er hat quasi hergesprungen. So, stirb, du scheiß Zombie. Ich komme jetzt. Ich muss hier, bevor wir schlafen können, den Antamien noch killen. Richtig. Oh, 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 Creeper. Ich habe es hier knallen gehört. In der Wohnung ist aber noch alles ganz. Naja, nein, das war hier vorne, wo der Wasserfall ist. Er hat mich ein bisschen abgefuckt. Trüm ist der Nächste, das sind die Nächsten. Creeper. Okay. Ich nehme den Sand hier noch schnell mit. Den kann man nachher zu Glas machen. So, lass uns mal pennen gehen hier. Dein Mikro hat wieder eine gefährliche Nähe zum Mund. Merkarte selber. Du kannst jetzt nicht schlafen, weil den Wichser hier... Hier ist noch irgendwo... Ach so, scheiße. Boah, jetzt kommen sie aber alle hier. Der eine hat eine Schaffel. Tschüss. Ich muss mal aufpassen, dass wir uns gegenseitig nicht treffen, ne? Ja. Okay. Ich werde kurz schon was essen. Ja, jetzt können wir. Meine Güte. Hast du die Tür offen gelassen? Wieder an, an der Nähe, ne? Nein, nee, bitte. Schnell rein. Jetzt aber. Ich habe nur noch vier Herzen. Ich habe auch nur noch vier, also dreieinhalb. Ist aber nicht schlimm, wenn du was Glück zu essen hast, dann regenerierst du dich selbst. Also passt das schon. Hier ist ein Creeper. Hier ist auch ein Creeper im Wasser mitten hier bei dem... bei unserem Fundament. Ah, Hilfe! Lebst du noch? Ja. Hier ist auch irgendwo ein Skelett, was auf mich geschossen hat. Da ist der Creeper. Nichts passiert. Haha. Ist er. Hier ist ein Skelett. Oh. Was wurde da gesprengt? Das war der Creeper. Bei dir? Ich habe keine Schaufel. Muss mal zurück. Ich habe hier noch Erde, ne? Ja, aber wir brauchen viel mehr. Das gleich hinten vorne. Wofür braucht man eigentlich die Knochen? Mit Knochenmehl kannst du zum Beispiel... Also erstmal kannst du mit Knochen Hunde fangen. Ah, ja. Und die Zählen. Mit Knochenmehl kannst du auch Pflanzen sofort zum Wachsen bringen. Also wenn du Knochenmehl auf Pflanzen stolbst, dann wachsen die sofort zum Beispiel Bäume. Ja. Und, äh, ja. Sonst fällt mir jetzt nichts ein. Gibt bestimmt noch irgendwas anderes, aber... Es gibt so viele Sachen, die du machen kannst. Ganz schön, dich merken. Nicht so blöd viel. Ne, war das nicht so? So funktioniert sie doch, die Schaufel. Zwei Holzplanken unten und einen Stein oben. Ich habe einen Stick oben. Ach, das ist Gravel, das ich da habe. Ja, kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Und doch eine Schaufel. Zwei Schaufeln. Zwei Schaufeln. Jetzt tue ich erstmal die Pfeile hier rein. Die können wir später noch gebrauchen. Und ich gehe erstmal Sand farmen. Erde. Du gehst Erde farmen. Yes, indeed. Man. Eigentlich ist es ja nur... Dirt heißt das ja hier. Eigentlich ist es ja nur Dreck. Und nicht mal Erde. Es ist eigentlich nur Dirt. Oh. Ja, eigentlich schon. Ich brauche auch einen neuen Schaufel. Machst du mir auch einen Tag? Ich habe drei Stück. Musst du nur zu mir kommen, in die Erdfarm. Ne, ich habe hier noch genug zu farmen. Ich hebe ja gerade hier dein Loch aus. Mein Loch? Unsers? Das, was du... Ja, ne, das, was du hier zugebaut hast. Das hebe ich hier gerade wieder aus. Achso, achso. Das ist ja da bis unten durchgebaut. Warum hier... Achso, ja, ja, stimmt. Genau. Ich frage, hä, wieso? Ich wollte gerade fragen, wieso. Aber ich komme jetzt auch gleich. Wenn die Schaufel ist, glaube ich, gleich eh um. Wenn die um ist, dann komme ich. Jo. Ich muss schnell was essen, sonst... Bin ich gleich tot. Aber es ist voll schwer, wieder zurück zum Haus zu kommen. Ich muss hier gleich noch ein bisschen... Oh nein! Wascht da los? Ich habe hier aus Versehen einen kleinen See. Haben wir nichts mehr zu essen? Na doch, ein Apfel ist noch da. Ja doch, ich habe zwölf Fressen. Sorry. Wir haben schon noch genug. Dann hau mal her, wo bist denn du? In der Erdfarm, sage ich doch. Achso, ja, stimmt. Das ist die Schaufel J. Wie viel habe ich? 64, 58. Das reicht aber bei weitem nicht. So, ich bin jetzt hier. Oben. Wo bist du? Ich bin hier über unserem Loch. Bei unserem Loch. Achso, immer noch bei dem... So, was brauchstest du? Essen, ne? Essen, ja. Teilen wir brüderlich. Vielen Dank. Perfetto. Mein Kaffee ist nur komplett... Ne, wie geht's das? Un Kaffee ist nur mit Giotto. Nur mit Giotto. Nur mit Giotto. Un Kaffee mit Paolo. Un Kaffee mit Stefan. In der Tat. Ziehen, dazu beiträgt. Gewachstumsfarben, die Wachstumsfarben. Ja, wohl sind zuverlässig. Das ist auch so ein unglaublicher Ohrwurm, dieser Wärmung. Du kannst das übrigens auch mit Sand machen, ne? Ich weiß. Dann fällt er auch runter bis nach ganz unten. Das ist ziemlich praktisch. Oh, ich hab hier... Was hab ich gefunden? Eisen? Okay, Schafeljock. Das ist wirklich eng Ich habe hier noch ein Loch ausgehoben, weil ich auf einmal auf so eine Erdader gestohlen bin. Oh, ich habe Leben gefunden. Was? Nein, ja doch. Leben, 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 Leben ist sehr gut. Leben ist relativ selten. Wie Leben? Leben. Ja, ja, aber du kriegst doch Leben automatisch, wenn deine... Nein, Leben. Lehm. Lehm. Leben hatte ich vorher auch schon, aber kein Leben. Ist halt immer schwer zu finden, das brauchst du nicht mehr. Brauchen wir jetzt überhaupt noch massig viel Sand? Doch, ne? Brauchen wir schon. Ist schon einiges zu tun, oder? Sand? Ja, Erde meine ich.